Heute testen wir ein Bier aus der Toskana, Ignusa Anina Sarda, Ignusa di Sardena. Ja, ein Bier aus der Toskana. Das Ganze hat 4,7 Promille und die Maßeinheit ist sehr kurios, 66 Zentiliter, also 0,66 Liter. Hm, habe ich noch nie gesehen, aber ja, schaut es euch an, es hat irgendwas mit einer Mannschaft zu tun. Und wir schenken es mal ein, damit ihr mal seht, wie es aussieht. Es ist recht hell, ein helles Bier, ja, eine schöne Farbe und jetzt testen wir es mal an. So, ein herber Geschmack, erinnert ein bisschen an Becks und meine Frau sagt, schmeckt sogar noch getreidig.